Willkommen beim Testbericht von HideMyAss VPN. Im nachfolgenden Video erkläre ich Ihnen, wie Sie mit HideMyAss einfach und sicher im Internet surfen können. Mit einem Doppelklick auf das HideMyAss Desktop-Icon wird der VPN-Client gestartet. Wenige Sekunden später steht der Client dann zur Verfügung. Das HideMyAss-Tool verfügt über drei Modi. Der Modus Sofort verbindet Sie mit der schnellsten sicheren Verbindung in Ihrer Nähe. Dieser Modus ist geeignet, wenn Sie anonym und mit hoher Geschwindigkeit das Internet nutzen möchten. Sobald die Verbindung erfolgt ist, wird Ihrem Rechner eine neue öffentliche IP-Adresse zugewiesen und Ihre originale IP-Adresse wird verschleiert. Ihre gesamte Datenübertragung ist ab jetzt sicher verschlüsselt. Im Modus Standort kann ein Server an einem bestimmten Ort gewählt werden. Dieser Modus ist geeignet, um sich Zugriff auf Filme, Serien und TV-Sendungen zu verschaffen, die nur in bestimmten Ländern verfügbar sind. Im Rahmen der Suchfunktion können Sie Länder, Städte oder Favoriten auswählen. Bei der Ländersuche wählen Sie ein Land aus, in dem Sie eine IP-Adresse bekommen möchten, zum Beispiel USA. Bei der Verbindung ermittelt die Software automatisch den schnellsten Server und weist Ihnen dessen IP-Adresse zu. Die Ländersuche kann auf Städte erweitert werden, zum Beispiel USA San Francisco. Mit dieser Einstellung bekommt Ihr Rechner eine IP-Adresse eines Servers in San Francisco. Zusätzlich kann die Standortsuche um die Option Virtual ergänzt werden, zum Beispiel Virtual USA Germany Frankfurt. Bedeutet, dass der Server am Standort Deutschland in Frankfurt steht, jedoch eine amerikanische IP-Adresse hat. Dieser Server liefert für einen Nutzer in Deutschland, der eine amerikanische IP-Adresse haben möchte, eine bessere Performance als ein Server am Standort USA. Alle über die Suche zu findenden Standorte können durch einen Klick auf das Herz-Symbol in den Favoriten gespeichert werden. Dies erleichtert die Suche beim nächsten Mal. Im Modus Freiheit verbinden Sie sich automatisch zum schnellsten Server in einem Land ohne Internet-Sensur. Dieser Modus eignet sich besonders für die Überwindung von staatlich oder institutionell auferlegten Firewalls. Die IP-Adresse Ihres Rechners wird wieder verschleiert und die gesamte Datenkommunikation sicher verschlüsselt. Somit bekommen Sie Zugang zu Internetdiensten wie Facebook, Twitter oder Wikipedia, welche in Ländern wie China oder der Türkei blockiert sind. Am Ende noch ein Hinweis unserer Redaktion. Über den Reiter Präferenzen können Sie festlegen, wie und wann Ihr VPN-Client eine sichere Verbindung herstellen soll. Zum Beispiel können Sie einstellen, dass Ihr Rechner bereits beim Hochfahren automatisch eine VPN-Verbindung aufbaut. Der Reiter Hilfe zeigt Ihnen, wo Sie bei Fragen oder Problemen am schnellsten Hilfe bekommen können. Zusätzlich zu der vorgestellten PC-Variante bietet HightMyS VPN auch eine Version für Macs, Smartphones und Tablets. HightMyS VPN kann außerdem auch auf Linux-Systemen oder Routern verwendet werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung von HightMyS VPN. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.